Bist du nach der Arbeit auch manchmal viel zu müde, um Frauen kennenzulernen? Dann ist diese Folge genau für dich. Herzlich willkommen im Freundinnenfinden-Podcast. Dein Podcast, um die Frau zu finden, zu erobern und auch zu behalten, die du wirklich willst. Mein Name ist Andy Friday und mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik Van Aave. In dieser Folge geht es darum, woran es liegt, dass du immer wieder zu müde bist, deine Ziele mit Frauen nicht erreichst, also woran du dich selber sabotierst und was du tun kannst, um genau das zu überwinden. Ganz genau. Und sagen, lass keine Zeit verlieren, sondern direkt starten. Yes. Letzte Woche hatte ein Teilnehmer auf unserem Mindset-Call eine sehr interessante Frage. Und das Thema dieser Frage ging hauptsächlich darum, was er denn machen könnte, um nach der Arbeit denn noch Frauen kennenzulernen, weil er hat einen langen Weg zur Arbeit. Das sind manchmal ein bis zwei Stunden, die er dann zur Arbeit fährt und dann auch entsprechend ein bis zwei Stunden, die er dann wieder zurückfährt. Und das ist entsprechend in Zeit umgerechnet manchmal ein ganzer halber Arbeitstag. Und dann ist er auch dann zu K.O., um dann noch abends Frauen kennenzulernen. Und er hatte dann eine Sache gesagt, die ich ganz interessant fand. Er hat gesagt, ja, man will sich ja auch dann mal ausruhen. Man will sich dann ja auch mal entspannen. Das waren so seine Worte, also auch mit dem Mann. Wenn du langjähriger Zuhörer bist, dann wirst du wissen, dass Mann erstmal kein guter Standpunkt ist, von dem du von dir selber aus erzählst, sondern du solltest es lieber ich benutzen. Aber das ist eine andere Folge, die kannst du dir unter den anderen Folgen anschauen. Also der Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dass er sagte, ich will mich ja auch mal ausruhen. Und ich habe ihm dann einfach die Frage gestellt, wie sehr willst du eigentlich das? Wie sehr willst du eigentlich deinen Erfolg? Wenn eine mittelgroße Hürde dir im Weg steht, wie schnell lässt du dich scheinbar von deinem Ziel abbringen? Und das fand ich so interessant, weil ich habe direkt eine Verknüpfung machen können zu so vielen Männern, ob das jetzt Teilnehmer waren, die mit dem Coaching gestartet haben, oder ob das Männer waren generell, mit denen ich mich einfach alltäglich unterhalte. Da schwingt sehr oft in ihren Aussagen etwas mit von, da ist eine kleine Hürde, ein kleines Hindernis, und das bringt mich direkt von meinem Ziel ab. Mein Ziel ist da vorne, das ist so zehn Meter entfernt, aber auf dem ersten Meter ist schon so ein kleiner Stolperstein, und dann lasse ich das besser, und ich bleibe besser sitzen, und gehe vielleicht in die andere Richtung, was vielleicht gar nicht mein Ziel ist, aber da sind wenigstens keine Steine auf dem Weg, oder da ist kein Gegenwind. Und das finde ich so interessant, wie viele Menschen generell sich einfach von ihrem Ziel abbringen lassen, obwohl nur der kleinste Gegenwind da ist. Das Ganze ist ein Muskel. Es ist deswegen ein Muskel, es hört sich vielleicht erst mal verrückt an, was ist ein Muskel, aber das Ganze ist ein Muskel, was wir Gewohnheiten nennen. Wenn du immer wieder die Gewohnheit hast, die wir vielleicht schon seit einem Jahrzehnt verfolgen, also zur Arbeit gehen, nach der Arbeit nach Hause kommen, erschöpft sein, weil die Arbeit hart ist, und dann erst mal hinsetzen, Fernseher anmachen. So eine Tradition, so eine Gewohnheit, die aus dir rauszukriegen und durch eine bessere zu ersetzen, das erfordert wirklich krassen Willen, weil da musst du jetzt erst mal einen Monat lang, man sagt ja, unterschiedliche Menschen sagen unterschiedliche Sachen, aber manche sagen 28 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, manche sagen 90 Tage, manche 30 Tage, manche 60 Tage, aber du brauchst auf jeden Fall mindestens einen Monat, um diese Gewohnheit loszulassen und eine neue zu etablieren. Und das ist ein Muskel. Immer wieder etwas zu tun, stärkt einen Muskel. Und etwas nicht zu tun, lässt diesen Muskel verkümmern. Und die Entscheidung zu treffen, etwas zu tun, was erst mal sich anstrengend anhört, das ist auch ein Muskel. Und den können wir immer wieder üben. Daher kommen dir diese ganzen Tipps aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche mit morgens aufstehen, kalt duschen. Es geht darum, ob du das jetzt machst oder nicht. Da gibt es viele Wege für nach Rom. Aber der Punkt bei diesem Tipp ist, dass du es dir angewöhnst, das harte Ding direkt zu erledigen. Dass es zu einer Gewohnheit wird, das zu machen, was sich unangenehm anfühlt. Weil wenn du das als Gewohnheit etablierst, dann funktioniert die selektive Wahrnehmung ganz anders in unserem Gehirn, als wie sie davor funktioniert hat. Dann nehmen wir nicht den leichtesten Ausweg als erstes wahr, sondern dann nehmen wir kreative Lösungen wahr, um unser Ziel zu erreichen, selbst wenn es schwierig ist. Das ist dann diese Gewohnheit. Unser Laserblick, unser retikuläres Aktivierungssystem wird einfach eingenordet auf das, was wir wirklich wollen. Durch diese Gewohnheit, die wir immer wieder etablieren. Und das ist genauso wie Entscheidungen zu treffen. Eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und nicht, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich will nochmal überlegen. Und es ist der selbe Grund, warum du dann auf dem Date nicht ihre Hand greifst. Wenn du sie siehst, dass du dann nicht Hallo sagst. Warum du nicht, wenn du im Gespräch mit ihr bist und sie dir gefällt, dass du nicht sagst, weißt du was, du gefällst mir. Hier ist mein Handy, tipp mal deine Nummer ein. Weißt du, dass dieser, man kann es auch Killerinstinkt nennen, man kann es Handlungsbereitschaft nennen. Wie du willst, es gibt ganz viele Vokabeln für ein und dieselbe Sache. Aber hier wollen wir jetzt erstmal einfach nur diese Gewohnheit ansprechen. Die Gewohnheit, schwierige Entscheidungen aus dem FF treffen zu können und dann handeln zu können. Und das wird oft verwechselt mit Kreativität. Das ist wie der Anspruch, besonders schlagfertig zu sein. Der Anspruch beim Flirten tolle, witzige, verrückte Fantasien liefern zu können. Das ist gar nicht immer nötig. Es ist sogar oft kontraproduktiv. Wir bringen das bei. In der Flirtmasterclass, die ersten drei Wochen, da dreht sich alles nur ums Flirten. Und da lernst du wirklich dieses Werkzeug. Wie du flirtest. Wie du aus einem langweiligen Gespräch ein emotional würziges Gespräch machst, bei dem sie mehr will. Wo sie dich dann anfängt, auch Löcher in den Bauch zu fragen. Und einfach in deiner Nähe sein will. Und das sind auch dann genau die Erfahrungen, die die Männer bei uns machen. Dass sie dann auf der Arbeit oder im Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis, dass Frauen anfangen, ihre Nähe zu suchen. Mehr von ihnen hören wollen. Und ganz offensichtlich sie wiedersehen wollen. Wir hatten ja da diese Geschichte, die erzähle ich immer wieder ganz gerne mal, wo der David dann auf der Arbeit mit dieser einen Frau, wo er früher nie irgendeinen Kontakt mit hatte, er dann angefangen hat, mit ihr zu shakern und zu flirten und hin und her. Und dann irgendwann hat sie ihm im Fahrstuhl, als der Fahrstuhl zuging, ist sie ihm an den Hals gesprungen und hat ihn geknutscht. Also einfach auf ihn draufgesprungen und hat ihn direkt abgeknutscht, weil es so aufgeheizt war. Der Flirt war so am Leben die ganze Zeit schon. Und das sind so Sachen, die dann einfach passieren können. Besonders, wenn da ein paar Monate ins Land streichen und ihr diese sexuelle Energie nicht freilassen konntet. Aber gut, das ist etwas, was wir, wenn wir es lernen, dann oft als den neuen heiligen Gral sehen. Und wir denken dann, okay, flirten, das ist der Schlüssel. Jetzt kriege ich endlich Aufmerksamkeit. Und dann meinen wir, ich war genau in derselben Situation. 100 Prozent. Ich fasse mich da ans eigene Herz. Als ich gelernt habe, wie flirten funktioniert, da habe ich nur noch geflirtet. Am laufenden Band. Mit alles und jedem. Und alles war witziger, alles war interessanter. Leute haben die ganze Zeit irgendwie gedacht, ah, da kommt der Andi. Und es gab immer dieses schelmische Grinsen im Gesicht von Menschen oder in meinem, wenn sie mit mir geredet haben, weil sie wussten, oh, jetzt wird es spannend, jetzt wird es witzig, jetzt wird es cool, jetzt wird es irgendwie flirtig. Und besonders natürlich dann auch bei Frauen. Aber, das bringt dir überhaupt nichts mehr, wenn du aus dem Flirt nicht eine Beziehung entwickelst. Und eine Beziehung ist deutlich mehr als einfach nur witziger Wortaustausch. Eine Beziehung bedeutet Vertrauen. Es bedeutet zu wissen, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Es bedeutet, dass man seine Persönlichkeit und seine Werte kennt. Da auf einer tiefen Ebene die Seele des anderen Menschen schätzt und mag. Und das kommt nicht nur durch diesen flirtigen Austausch. Und da sind dann zum Beispiel diese Momente gefragt, in denen du schnell handeln musst. Nicht einfach nur witzig sein oder eben nicht witzig sein, sondern schüchtern sein, sondern handeln. Wenn deine Frau dich anschaut und dich anlächelt, dann lächle zurück. Dann sag, hi. Ich habe ja jahrelang, das habe ich erzählt in der Schule damals, nicht gewusst, wieso die anderen Mädels mich ständig, als ich zu ihnen geguckt habe, weggeguckt haben. Also ignoriert haben. Ich habe das öfters schon erzählt. Und ich habe dann irgendwann mal in den Spiegel geguckt und gefragt, okay, wie sehe ich eigentlich aus? Warum gucken die Frauen immer direkt weg, wenn sie mich angucken? Und dann habe ich gesehen, oh wow, mein Gesichtsausdruck, der neutral ist, der ist einfach unfreundlich. Der sieht nicht einladend aus. Der sieht halt für diejenigen, die es auf YouTube anschauen, so aus. Und das ist nicht einladend. Und das ist okay, das habe ich verstanden. Und ich habe es dann aktiv geübt, diese Gewohnheit zu durchbrechen, dass wenn mich jemand anguckt, dass ich dann nicht einfach nur zurückstarre, sondern dass ich dann ganz schnell anfange zu lächeln. Wenn jemand guckt zu mir und ich lächle aus dem FF. Und das hat Zeit gebraucht. Ich habe da aktiv dran gearbeitet. Besonders wenn, und das ist so geil, das ist so ein toller Unterschied, wenn du jemandem im Vorbeilaufen begegnest und ihr habt diesen kurzen Moment von Blickkontakt. Die meisten von uns sind da gar nicht schnell genug, dass sie dann in diesem Moment anfangen zu lächeln. Also wird einfach nur sich kurz angeguckt und dann weitergeguckt. Und selbst wenn man sich attraktiv findet, sie dich, du sie, ihr lauft einfach weiter. Und aus dem Moment ist nie mehr geworden. Aber wenn du die Gewohnheit hast, sie schaut dich an und du schaust sie an und strahlst, strahlst sie zurück, dann ist sie kurz verwirrt, wird vielleicht rot im Gesicht, lächelt dich ebenfalls an und dann kann was geschehen. Dann kannst du stoppen, dann kannst du Hi sagen. Wenn sie antwortet, dann könnt ihr vielleicht ein paar Worte wechseln. Eine komplett andere Welt tut sich dir auf. Wenn du allein diese kleine Gewohnheit etablierst, bei Blickkontakt direkt zu lächeln, direkt, das kann schon mal alles wechseln, das kann alles verändern. Es ist wirklich verrückt, wie kraftvoll ein Lächeln im richtigen Moment ist. Und das erfordert die Arbeit, die du reinstecken musst in das Etablieren einer neuen Gewohnheit. Und es ist nichts. Eben die Entscheidung. An allererster Stelle die Entscheidung, richtig. Eine Gewohnheit ist ja auch einfach nur eine unbewusste. Gewohnheiten sind auch Entscheidungen. Wir entscheiden uns zu jeder Sekunde, wie wir jetzt weitermachen. Wir haben zu jeder Sekunde eine neue Entscheidung, die wir treffen. Und Gewohnheiten sind einfach nur Entscheidungen, die wir so oft getroffen haben, dass sie unbewusst geworden sind. Weil einfach sich da die Neuronen im Gehirn verdrahtet haben. Und natürlich ist halt eine neue Entscheidung oder eine neue Gewohnheit etablieren. Natürlich erstmal mit Aufwand verbunden, weil wir Energie dafür aufwenden müssen, etwas, also die Nervenbahnen, die schon verknüpft sind, seit Jahrzehnten vielleicht sogar verknüpft sind, die wieder aufzubrechen und neue zu etablieren. Da geht Energie für bei verloren. Also Energie, die du durch Nahrung aufnimmst, die geht dabei verloren. Und warum sollte unser Körper, der halt immer noch glaubt, dass er vor 250.000 Jahren lebt und nicht in einer Fülle von Nahrungsmitteln schwimmt, warum sollte er Energie verschwetten? So daher lieber auf Gewohnheiten zurückgreifen, denn dann ist ja alles einfacher. Und dein Mantra darf lauten, ich tue das Harte. Ich tue das, was gerade schwer ist. Weil das Ding ist so, es ist leicht, auf der Couch zu liegen. Es ist leicht, die Frau nicht anzusprechen. Es ist leicht, mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen und zu sagen, was für ein Idiot er ist. Aber es ist schwer, ihn zu verstehen. Es ist schwer, sich selber zu überwinden, sein eigenes Ego zu überwinden und sich einzugestehen, vielleicht liege ich falsch. Es ist schwer, auf die Frau zuzugehen oder es ist hart, auf die Frau zuzugehen. Es ist ein Gewicht hochzuheben, um den Muskel aufzubauen, ist schwer, damit du eben den Muskel aufbaust. Du hebst es hoch, damit du den Muskel aufbaust. Der Muskel wächst nicht, wenn du das Leichte tust. Und das ist eben genau das Mantra. Und schau dich mal um. Schau dich in deinem Freundesbekanntenkreis um. Geh mal auf den größten Platz in deiner Stadt und schau dich um. Die Masse der Menschen tut das, was leicht ist. Es ist einfach so. Also damit will ich gar nicht irgendwie Leuten einen Topf werfen und umrühren und sagen, ihr seid alle blöd, weil das ist eben genau leicht. Ich will damit sagen, dass es rein menschlich ist, das Leichte zu tun. Und damit möchte ich sagen, dass die Schwelle, um wirklich aus der Masse herauszustechen, gar nicht so hoch ist. Das Ding ist einfach so, du musst an gewissen Punkten am Tag einfach nur öfter mal das tun, was gerade schwer ist. Ein bisschen länger aufbleiben, damit du dein Ziel erreichst. Angenommen, du bist halt nach der Arbeit völlig K.O., dann ist das so. Es ist einfach, sich dann aufs Sofa zu legen und Netflix anzumachen. Das ist super leicht. Es ist schwer, noch eine Runde um Blog zu gehen und da eins, zwei, drei Menschen anzusprechen. Und dabei ist dann vielleicht auch eine Frau, die dir gefällt. Das ist schwer. Es ist schwer, früher aufzustehen, um eine Stunde früher vor der Arbeit ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist super schwer. Es ist leicht liegen zu bleiben. Aber wenn das dein Ziel ist, dann kannst du das machen. Es ist super leicht, im Drei-Schicht-System zu arbeiten, auch wenn es auslaugend ist. Auch wenn du zwei Wochen im Monat aufgrund deiner Nachtschicht nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Es ist super leicht, im Drei-Schicht-System zu arbeiten, weil es bekannt ist, weil es einfach ist. Da wird für dich geplant. Es ist schwer zu sagen, ich will das nicht mehr und ich suche mir jetzt, was meinem Selbstwert mehr entspricht. Weil ich bin mir selber so viel wert, dass ich nicht mehr meine Lebenszeit verschwende und mich auslaugen lasse, indem ich Nachtschicht habe. Was einfach gegen meinen Biorhythmus geht. Es ist super leicht, halt da drin zu bleiben und zu jammern. Es ist leicht. Schwer ist genau das, was wir intrinsisch, oder vielleicht ist intrinsisch nicht das richtige Wort, was wir aus Gewohnheit, also was halt so ohne Widerstand geht. Was ohne Widerstand geht. Das ist halt leicht zu tun. Aber das Ding ist halt, es ist halt dann auch super leicht, wenn du erstmal daran gewöhnt bist, das Schwere zu tun. Das Schwere wird für dich dann super leicht. Und das, was früher leicht war, wird für dich dann schwer. Das wird dann irgendwann so aussehen, dass du sagst, okay, da vorne ist jetzt eine hübsche Frau. Eigentlich habe ich mir gedacht, komm, heute jetzt mal keine ansprechen. Ich habe jetzt schon sieben Dates die Woche. Aber ich muss jetzt einfach dahin. so, es ist dann schwer, die nächste hübsche Frau, die du siehst, nicht anzusprechen. Weil das einfach deine Gewohnheit ist. Und welche Gewohnheit ist besser? Und dabei darf das Ziel natürlich vollkommen in Ordnung sein, eine Freundin zu haben, ohne dein ganzes Leben lang Frauen kennenzulernen und auf Millionen Dates zu gehen. Gerade das ist ja dann das Ziel, das du verfolgst. Und dann gilt es eben, neue Gewohnheiten zu etablieren, um genau dieses Ziel auch zu erreichen. Verstehst du? Das ist ja dann auch schwer. Ja, es ist halt so leicht. Es ist so leicht, so eine Podcast-Folge zu hören oder anzuschauen und zu sagen, die Tipps sind ja ganz okay, aber jetzt geht es darum, sieben Dates zu haben in der Woche und dann soll ich noch eine Frau ansprechen. Na, das ist ja nicht, was ich will. Ich will ja nicht acht Dates in der Woche haben. Also ist das für mich nicht relevant, was die da erzählen. Das ist leicht. Du hast dich jetzt auf das Leichteste fokussiert, du hast genau die zehn Sekunden an Audio dann aufgenommen und hast die rausgefiltert als, ah, okay, dann ist das nicht relevant für mich, weil ich das ja nicht möchte. Das ist easy. Das können wir immer machen. Das ist diese Ausrede, die in uns spricht und sagt, veränder gar nichts. Ja, das da, dieses eine Detail willst du nicht, aber was ist mit den anderen 99 Dingen, die wir heute gesagt haben oder in allen anderen Folgen gesagt haben? Die sind vielleicht sehr relevant für dich, um diese eine Frau kennenzulernen, mit der du dein Leben teilen möchtest. Verstehst du? Wir sind darauf programmiert, die eine Sache zu hören, wo wir sagen, ah, das ist schwer oder das wollen wir nicht. Das passt nicht. Und dann wird alles, was damit zu tun hat, vom Tisch geräumt. Weil dieses eine Detail fühlt sich nicht gut an. Acht Dates die Woche, das fühlt sich nicht gut an. Also muss ich all diese Arbeit nicht machen. Ich warte einfach, bis der Topf auf meinen Deckel mir in den Schoß fällt. Aber Liebe ist... Sprichwörter mit Andi und Dominik. Liebe ist kein Zufall. Ja, es wird nicht geschehen, es sei denn, du bist darauf vorbereitet. Glück ist, wenn der Zufall auf die Vorbereitung trifft. Noch so ein Sprichwort. Das bedeutet, glücklich zu sein, glücklich zu werden mit einer Frau, die du liebst und die mit dir zusammen alt werden möchte, mit der du alt werden willst. Das wird nicht einfach so passieren, während du zu Hause nach einem harten Tag Arbeit sagst, ich muss jetzt erstmal abschalten. Oder dann vielleicht im Online-Dating hin und her swipest und glaubst, ja, so finde ich sie bestimmt. Wenn du gar nicht in der Gewohnheit bist, zu flirten. Wenn du gar nicht in der Gewohnheit bist, wenn du gefragt bist, auch zu handeln, ihre Hand zu nehmen beim Date. Zu sagen, du gefällst mir. Oder sie zu küssen. Das ist der Grund, warum auch bei so vielen Männern, nach dem siebten Date immer noch nichts gelaufen ist mit derselben Frau. Und dann haben sie ein Jahr, zwei Jahre lang irgendeine Freundessituation mit der Frau, weil sie nicht in der Gewohnheit sind, zu handeln. Und natürlich kommt dann auch die emotionale Abhängigkeit mit hinzu, weswegen du dann erst recht nichts mehr tun wirst, weil du willst natürlich nicht zerstören, was du jetzt schon hast. Aber in Wahrheit hast du halt gar nichts. Du hast halt ein Gefängnis, das du dir selber erschaffen hast, aus Ausreden. Und naja, wenn ich das mache, dann könnte ich sie verlieren. Du hast sie schon längst verloren als Partnerin. Weil du sie nicht hast als Partnerin. Weil du nicht das Schwierige getan hast, dich zu überwinden, ihre Hand zu nehmen, zum Kuss anzusetzen. Weil es halt leicht ist, abzuwarten. Weil es leicht ist, wieder in den Kopf zu rutschen und über alle Eventualitäten nachzudenken und zu suchen, ob sie dir gerade genug Signale gesendet hat, ob das gerade der richtige Zeitpunkt ist, ob sie das überhaupt möchte. Das ist halt leicht. Es ist leicht, alles zu zerdenken. Obwohl es sich so auslaugend und nach viel Aufwand anfühlt, Dinge zu zerdenken. Aber das ist leicht. Weil du musst dann nicht tun. Du bist dann in deiner eigenen Fantasiewelt. Das ist kein Unterschied, ob du jetzt vor deinem Computer sitzt und World of Warcraft spielst, oder ob du alles zerdenkst. Beides die gleiche Fantasiewelt. Nicht die gleiche Fantasiewelt, aber beides eine Fantasiewelt. Und es ist halt super leicht darin abzudriften, weil da sind halt keine Konsequenzen. Da kannst du halt nachdenken und zerdenken und da kannst du dir die schönste Katastrophe ausmalen und dir den krassesten Hollywood-Film zusammenreimen und trotzdem bleibt alles halt auf dieser virtuellen Leinwand und im echten Leben hast du halt keine Konsequenzen. Aber weil du halt die Konsequenzen fürchtest, im echten Leben kommst du halt auch nicht voran. Und diese, also eben weil es leicht ist. Weil es schwer ist, dich zu überwinden. Weil es schwer ist, das zu tun, wovor du so viel Angst hast. Wovor dein Herz pocht. Aber das Pochen deines Herzens, die Nervosität, das ist dein Wegweiser. Das ist genau das, was du machen darfst. Weil sonst, also würde das gar nicht so wichtig sein für dich. Würde dein Herz nicht so pochen. Weil wenn es dir egal wäre, wenn es dir egal wäre, hättest du ja keinerlei emotionale Reaktion da drauf. Aber weil du diese krasse emotionale Reaktion hast, ist das ein Wegweiser dafür, dass da genau dein Weg ist. Letzte Woche hatte ich das im extremen Maß. Und mir haben so viele Menschen gesagt, ja, du bist so nervös, das bedeutet, dass du etwas tust, woran du glaubst, was dir wichtig ist. Und ich habe nämlich letzte Woche meinen ersten TEDx Talk gehalten. Daher hier dieses rote X, was ich noch irgendwo hier auf der, hinten irgendwo dann noch platzieren werde, noch steht es hier neben mir. Und ich war so, 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 so nervös. So, 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 so nervös. Und jeder hat es mir gesagt, auch direkt vor dem Vortrag nochmal, hat die eine Eventorganisatorin gesagt, ja, das bedeutet, dass es dir wichtig ist. Ich musste das tun, was schwierig war. Ich musste das tun, was schwierig war. Und es war endlos schwierig, weil es mir wichtig war. Weil es mir wichtig war. Und wir müssen unterscheiden zwischen dem, was schwierig ist, weil es dir wichtig ist, oder dem, was schwierig ist, weil es die leichtere Entscheidung ist. Ich wiederhole es nochmal, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was schwierig ist, weil es dir wichtig ist und dem, was schwierig ist, weil es die leichtere Entscheidung ist. Und bei dem einen Arbeitgeber zu bleiben, bei dem du dich kaputt ackerst und nach der Arbeit immer so K.O. bist, ist eine leichte Entscheidung. Es ist schwierig, diesen Arbeitstag zu durchstreiten, das ist hart, aber es ist die leichtere Entscheidung, als zu sagen, weißt du was, ich werde mich jetzt wieder ins Ungewisse begeben, ich werde einen neuen Job suchen, ich werde einen besseren Job finden, einen, den ich auch verdient habe. Ich werde an meiner Selbstliebe arbeiten, denn ich habe Besseres verdient, als diesen Stress und dieses weggeschmissene Leben. Das ist eine schwierigere Entscheidung, die aber nach der inneren Stimme kommt, wenn die innere Stimme sagt, eigentlich wäre das das Richtige. Und das dann zu tun, diesen Job dann zu wechseln, das ist dann das Schwere und Richtige. Du hast da vorhin auch was Geiles zu gesagt, Dominik, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen mit dem Verdienen, woher das kommt, das Wort. Ja, das habe ich den Männern in unserer Facebook-Gruppe noch als Video hinterher geschickt, zu dem Mindset-Call, den ich am Anfang erwähnt habe, weil oftmals ist diese Aussage von, ich muss mich ja dann ausruhen oder ich will mich auch nochmal ausruhen, begleitet von dem, von der Aussage, ich habe das verdient. Ich habe das verdient, mich auch mal ausruhen. So nach so viel Arbeit habe ich dann auch mal eine Pause verdient. Und Verdienen kommt von Dienen. Also wir müssen erst dienen, bevor wir verdienen. Und wir dienen einem Meister. Und dieser Meister, glauben halt dann sehr oft, okay, das ist halt dann unser Chef oder der Staat oder was auch immer. Aber nein, der einzige Meister, dem wir dienen, ist unser zukünftiges Ich. Beziehungsweise hoffentlich unser zukünftiges Ich, was gleichzeitig unser höheres Selbst ist. Genau. Unser höheres Selbst, unser zukünftiges Ich, was mehr seine Passion lebt. Ein höheres Ideal. Das kann auch Gott sein. Das kann dieses Universum sein, nach dem du dich sehnst. Also ein höheres Ideal, was in dir verkörpert ist, in deiner zukünftigen Version von dir. Ja, wo du dich einfach viel mehr angekommen fühlst. Wo du dich, ja, nach, wo du dich angekommen fühlst. Genau, diesem Ideal dienen wir. Ein ganz, ganz guter, ein guter, vager Begriff dafür. Genau, und dem dienst du. Und jetzt schaust du dir an so, okay, ich habe heute so lange gearbeitet, ich habe sogar jetzt noch Überstunden machen müssen. Und ich habe jetzt noch zwei Stunden Fahrt nach Hause. Und dann bin ich ja quasi schon 15 Stunden unterwegs. Und dann kann ich ja auch gleich schon wieder ins Bett, damit ich für morgen fit bin. Und deswegen ruhe ich mich heute mal aus. Das habe ich mir verdient nach diesem Tag. Okay, einmal passt. Aber das passiert halt nicht nur einmal. Das passiert am nächsten Tag nochmal. Und dann ist die Frage, wenn das halt so mehrfach passiert, wie schnell wird es zu einer Gewohnheit? Wahrscheinlich sehr schnell, weil es sehr einfach ist, eine Gewohnheit zu etablieren, mit der wir keinen Aufwand betreiben müssen. So, es ist halt super leicht, in die Gewohnheit zu verfallen, mit einer Flasche Cola und einer Tüte Chips vorm Fernseher zu versicken, als halt nach der Arbeit Sport zu machen, weil Sport mehr Aufwand ist. Und wir dienen halt diesem höheren Ideal, unserem zukünftigen Ich. Und unser zukünftiges Ich schaut in fünf Jahren auf heute zurück und denkt sich, was hast du da gemacht? Warum bist du nicht noch rausgegangen? Wärst du noch rausgegangen nach der Arbeit und nicht so faul gewesen, hätten wir jetzt nicht das gleiche Problem wie vor fünf Jahren. Was soll das? Und deswegen ist halt die Frage so. Wenn deine Antwort dann ist, ja, aber ich hatte halt den Job und der Job war so schwer, dann ist die Rückfrage von deinem zukünftigen Ich, und warum zum Teufel hast du diesen Job, den du nicht willst, dann nicht gewechselt? Und wenn es deine Antwort vielleicht, naja, der hat ja auch gute Seiten. Ja, aber er hat dich zermürbt. Er hat dich deine Lebenskraft gekostet. So toll kann der ja nicht sein. Ja, aber, und irgendwann landest du an dem Punkt, ich hatte Angst, den Job zu wechseln. Ich hatte Angst, sie anzusprechen. Es war so schwer. Ich hätte mich überwinden müssen. Und dann sind wir bei der Wahrheit angelangt. Das ist halt auch schwer, genau das zuzugeben. Es ist halt leicht, die Gründe im Außen zu suchen. Oder es ist halt auch leicht zu sagen, ja, der Job hat ja auch seine guten Seiten. Natürlich. Es ist halt nicht alles nur schwarz oder weiß. Absolut. Aber in diesem Moment, wenn wir dann irgendwie vor der Veränderung stehen oder vor der Entscheidung stehen, um unser Leben in die Hand zu nehmen und endlich mal zu erkennen, dass wir eigentlich der Schöpfer unseres eigenen Glückes sind und unsere Zukunft selber gestalten können, wie wir sie möchten, dann ist plötzlich doch so, oh ja, aber ist eigentlich ja doch ganz gut. Also das ist ja nur das eine Mal hier, wenn ich dann jetzt an was anderem arbeiten möchte, wenn ich jetzt plötzlich meinen Erfolg mit Frauen ein bisschen mehr in die Hände nehmen möchte und das jetzt in Angriff nehmen möchte, dann ist dieser Job okay, aber sonst ist er nicht okay. Sonst fühle ich mich halt auch ausgelaugt. Und ja, das ist halt, das ist halt dann der Punkt von, du hast dir halt die Pause noch nicht verdient. Du kannst Pause machen, wenn du den Erfolg bei Frauen hast. Und halt nicht mal Pause machen, wenn du glaubst, okay, ab jetzt habe ich Momentum erreicht und jetzt läuft alles ungefähr, ab dem Zeitpunkt wirst du Momentum verlieren. Wie erreichst du Momentum? Indem du eine gewisse Zeit lang jeden Tag genau das machst, bis es ein Automatismus wird und dieser Automatismus dann eine Gewohnheit. Also die ersten Momente, wo dir auffällt, dass du nach der Arbeit nicht direkt ins Auto steigst und nach Hause fährst, sondern durch die Stadt gehst, nach der Arbeit zum Beispiel. Ja, also das, um dann entsprechend mit Menschen in Kontakt zu treten und Frauen kennenzulernen. Das ist der Moment, wo du dann langsam Momentum aufgebaut hast. Und das darfst du nicht einreißen lassen. Unser Ego ist halt so super gut da drin, genau das wieder einreißen zu lassen, weil es kurz davor ist, sich zu verändern. Und das will es halt nicht. Wir haben da schon ganz viel drüber gesprochen. Ich glaube auch in der letzten oder vorletzten Episode ganz, ganz ausführlich dann über genau diese Funktion von deinem Ego, dass es dich in deiner Komfortzone halten möchte. Aber ja, das ist die, du musst erst mal dann diesem zukünftigen Ich in fünf Jahren dienen, damit du die Pause machen darfst. Wir glauben dann, dass wir uns doch jetzt mal locker ausruhen können. Aber nein, nein, das ist es nicht. Und viele verwechseln dann genau diesen Punkt mit, okay, ich muss extrem diszipliniert sein und sind dann halt so zu hart zu sich. Und das ist halt dann ein Extrem von, was viele haben, dass sie gerade zu weich zu sich sind, dass sie halt bei jedem kleines Gegenwind aufgeben. Das andere Extrem ist halt zu hart zu sich sein und halt in Disziplin aufzugehen. Und dann sind diese Menschen halt so, verstecken sich hinter der Fassade von extremer Disziplin, extremer Produktivität und erreichen eigentlich gar nichts, weil sie mit Gewalt ihr Ziel erreichen wollen, statt halt, wie wir es auch in der letzten Folge erwähnt haben oder du erwähnt hast, Andi, so Stadt wie Wasser, den Weg zu suchen. Dann ist vielleicht eine Wand vor dir, aber diese Menschen, die halt so dann extrem hart zu sich sind, die wollen dann mit dem Kopf durch die Wand, anstatt halt mal links und rechts zu gucken und zu sehen, dass die Wand halt da aufhört oder drüber zu klettern oder zu sehen, dass links oder rechts eine Tür ist oder ein Fenster, wo sie durch könnten. Nee, sie wollen dann mit dem Kopf durch die Wand. Also halt, sie sind dann nicht flexibel, sondern starr. Und der starre Ast bricht. Der flexible biegt sich und ist dadurch lebendig. Genau, sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn du könntest alles, was wir jetzt nehmen, verwenden und sagen, ich will eine Freundin haben. Ja, ich will eine Freundin haben. Ich werde das jetzt angehen und ich werde jetzt diszipliniert sein. Und dann gibst du dir Mühe und dann machst du und machst du und machst du und machst du und du hast trotzdem das Gefühl, ausgebrannt, irgendwann zu sein. Und dann bist du da und sagst, ey, ich habe jetzt so lange mir schon Mühe gegeben, ich habe immer noch keine Resultate. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt die ganze Zeit das getan, was hart war und ich fühle mich ausgebrannt. Und dafür möchte ich warnen. Denn wenn das passiert, dann hast du dein Warum außer Acht gelassen. Das Warum ist verdammt wichtig. Männer, wir tun das, was wir tun, nicht, weil wir ein Ergebnis wollen, weil wir diese Frau erobern wollen, weil sie heiß sein soll oder weil wir nicht einsam sein wollen. Oder weil wir von ihr Wertschätzung, Zuneigung, Liebe, Körperlichkeit haben wollen. Nein, es ist ganz, ganz wichtig und es ist nicht akzeptabel, wenn du sagst, naja, aber ist ja gut mit dem, was du immer sagst, mit Prozessorientiertheit. Aber irgendwie will ich halt doch eine Freundin, ich will ja doch nicht einsam sein. Du hast das nicht gecheckt, wenn du das immer wieder sagst. Hör nicht auf diesen Bullshit, den dir deinen Kopf da verzapfen will. Dein Erbsengehirn, also nicht dein Erbsengehirn, dein Echsengehirn. Sorry, nicht Erbsengehirn, wollte ich nicht beleidigen. Ich meine Echsengehirn, wir alle haben ja ein Echsengehirn in uns. Ja, also dieses evolutionär super alte Gehirn, was halt sagt, ich will essen. Was Erbsgegrüße ist. Korrekt, von daher passt es wieder hoch. Was halt dir sagt, ich brauche Futter, ich brauche Sex, ich brauche ein Ergebnis. Jetzt handfest. Hör da nicht drauf. Wir sind viel weiser als das. Und jetzt gerade ist deine Weisheit gefragt. Der Mann, der das Reisen liebt, wird weiterkommen als derjenige, der das Ziel liebt. Ganz simpel. Wenn du reisen magst, dann wirst du auf Reisen bleiben, selbst wenn du ein Ziel erreicht hast. Wenn du sagst, ich will unbedingt nach Paris. Paris ist die Stadt, wo ich schon immer mal hin wollte. Ja, dann wirst du vielleicht in Paris sein, vielleicht nicht. Aber wenn du da bist, dann was jetzt? Okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr erfüllt in meinem Herzen. Ja, weil du nicht prozessorientiert denkst. Wenn du sagst, ich liebe das Reisen. Städte wie Paris. Dann wirst du Paris bereisen und wirst danach sagen, und jetzt noch, jetzt wäre Porto wunderschön. Und du bleibst auf Reisen. Und das bedeutet nicht, dass du die ganze Zeit immer weiter machst, machst, machst und dein Leben lang dann auf Frauenjagd gehst. Nein, die Ziele können sich ja auch ändern. Dein Ziel kann zum Beispiel sein, eine tolle Partnerin zu finden. Super. Aber wenn du es erreicht hast, dann was? Dann guckt ihr euch einfach nur die nächsten 20 Jahre lang in die Augen und spielt Playstation? Nein. Dann wird es ja noch ein weiteres Ziel gemeinsam geben. Wie zum Beispiel eine Familie gründen. Oder zusammenziehen. Oder mit ihr gemeinsam die Welt bereisen. Oder gemeinsam wachsen. Also es bleiben doch immer neue Ziele übrig. Und diese Kumulation von ganz vielen Zielen, die du mit einer Person erreichen kannst, das ist der Prozess. Das ist die Reise. Männer, es ist kritisch, dass wir prozessorientiert sind. Nicht, weil Andi das mal gesagt hat und irgendwie gehört sich das schon sinnvoll an. Weil wenn du nicht prozessorientiert bist, wenn du zielorientiert bist, wenn du sagst, ich will das unbedingt erreichen, dann verkrampfst du, dann brichst du, dann warst du ein Burnout und dann kannst du das nicht durchhalten. Ganz einfach. Aber wenn du sagst, du, ich mache das nicht, weil ich irgendwas erreichen will. Ich mache das, weil ich den Mann vor mir sehe, zu dem ich werden möchte. Und dieser Mann ist jemand, der will sich immer erweitern. Er möchte für andere ein Vorbild sein. Er möchte für seine Frau, für seine Kinder da sein. Der wird nicht einfach nur aufgeben oder sich dann faul hinsetzen, wenn er irgendwas geschafft hat. Nein, der will ihnen die richtigen Werte beibringen. Und dieser Mann, der ist eine Inspiration für mich. Deswegen sagte ich immerzu, mein Lebensziel ist es, der Mann zu werden, der für seine Frau, seine Familie und seine Freunde da ist. Der beste Vater, der beste Ehemann, der beste Freund zu werden. Das ist kein greifbares Ziel. Das wird immer ein Prozess sein. Wie kann ich denn die beste Version von etwas werden? Das ist unmöglich. Es geht nicht. Ich müsste perfekt werden. Das geht nicht. Dementsprechend ist mein Ziel nicht etwas, was ich erreichen kann. Mein Ziel ist etwas, was ich tue. Es ist der Prozess. Es ist das immer weiter dazulernen. Es ist das nach dem Hinfallen aufstehen. Diese Gewohnheit zu etablieren. Dass ich mich nicht fertig machen lasse von meiner Umwelt, wenn irgendwas peinlich war. Sondern die Reise geht weiter. Jungs, Prozessorientiertheit ist der Schlüssel, um dran zu bleiben. Echt. Immer wieder. Ich hätte schon Millionen Mal aufgegeben. Ich wurde in der Grundschule und im Gymnasium am Anfang nur verprügelt. Nur verprügelt. Mir wurde ein Zahn ausgetreten. Es war kein geiles Leben. Aber ich wusste, dass das Wichtigste ist, meine Würde zu behalten in dem Moment. Es war nicht, ich will nicht mehr verkloppt werden. Es war nicht, ihm will ich es heimzahlen. Okay. Es gab diese Momente. 100%. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber das ist nicht, was mich dadurch manövriert hat. Was mich durchmanövriert hat, ist, ich werde meine Würde behalten. Die können meinen Körper kaputt machen, die können aber nicht meine Würde wegnehmen. Das entscheide ich. Und das ist ein Prozess. Deswegen habe ich sogar das Schwere getan, was nicht sehr empfehlenswert ist, wenn du auf Ergebnisse zielst. Ich habe nämlich meinen Angreifern den Mittelfinger ins Gesicht gezeigt. Und dann habe ich noch mehr Tritte ins Gesicht bekommen. Und noch mehr Schläge und Spucke auf mich bekommen. Weil ich gesagt habe, ihr könnt mich schlagen, aber meine Würde bekommt ihr nicht. Hier, bitteschön. F you. Wenn ich auf Ergebnisse ziehen würde, dann wäre das total dumm, sowas zu tun. Richtig. Aber mir war der Prozess viel wichtiger. Mir war diese Vision von mir. Ein Mann, zu dem ich heraufschauen kann. Dieser Mann wollte ich werden. Das war mir wichtig. Und das hat mich dadurch gebracht, im Endeffekt. Das und natürlich auch die Hilfe von meiner Mutter, die mich dann irgendwann aus dieser einen Schule rausgeholt hat und in eine andere gesteckt hat. Aber so ist das. Manchmal haben wir halt auch Hilfe von außen und dafür dürfen wir auch dankbar sein. Männer, die Ergebnisse... Niemand gewinnt alleine. Ja. Aber diese Ergebnissucht, ich sage es euch, weil ich das immer wieder sehe. Du musst echt verstehen, wie toxisch das für dich selber ist. Aber ich muss, ich muss, ich muss. Die Philosophie, eine schöne Geschichte zu schreiben, ist auch nicht einfach nur eine schöne Geschichte, schöne Philosophie, was der Andi da immer verzapft. Und es ist eine Interpretation von einer Weisheit, die schon so lange existiert, wie es Menschen gibt. Und das ist Prozessorientiertheit. Der Weg ist das Ziel. Das ist es. Meine Interpretation davon ist, ich möchte eine schöne Geschichte schreiben, weil das eignet sich nun mal richtig toll, habe ich herausgefunden, um Frauen kennenzulernen und mit Frauen dann eine schöne Zeit zu erleben, mit deiner Partnerin eine schöne Zeit zu erleben. Wenn du sagst, ich will nicht sie rumkriegen oder sie erobern oder eine Freundin haben oder nicht mehr einsam sein oder Sex haben oder irgendein Ergebnis haben, sondern du sagst, nein, ist mir alles egal, ich will einfach nur eine schöne Geschichte schreiben, dann ist es auch egal, ob du irgendwas geschafft hast oder nicht. Weil dann hast du vielleicht einfach nur gesagt, ich finde dich wunderschön. Und das wollte ich dir nun mal sagen und wir werden uns wahrscheinlich nie wieder sehen, aber mit dem Gedanken darfst du heute durch den Tag schreiten. Mach's gut und du verabschiedest dich und du hinterlässt ein wunderschönes Kompliment einer Frau, ohne etwas zurückzuarbeiten. Diese Prozessorientiertheit, diese schöne Geschichte, die du in dem Moment geschrieben hast, wenn sie strahlt und wenn sie nachher zu ihrer Freundin geht und sagt, Ja, da ist ein Mann, der ist mir begegnet und hat mir so ein wunderschönes Kompliment gemacht und ist einfach gegangen. Ja, wie, der ist einfach gegangen? Hat er nicht noch deine Nummer gefragt? Nee. Nee, der hat gesagt, der muss weiter. Krass. Das bleibt hängen bei ihr. Das ist etwas, was sie vielleicht Monate oder Jahre lang noch schätzt, die Erinnerung an diesen Augenblick. Und das macht auch was mit dir, weil du beweist dir selber, dass du kein Geier bist, der unbedingt das Arzt fressen muss, sondern dass du in Fülle lebst, dass du ein Adler bist, der so frei ist, dass er mal hier landen kann, mal da landen. Er fühlt sich gut, fühlt sich gut und er fliegt einfach. Und entlang dieser Reise findet er dann auch seine Adlerfrau. Das ist der einzige Weg, Männer. Der einzige, der funktioniert nachhaltig, langfristig. Das ist der, der keine verbrannte Erde hinterlässt. Das ist der, der nicht... Also ich meine, schau dich in der Landschaft gerade so um. Und mit Landschaft meine ich so, wie Männer und Frauen. Also aus unserer Bubble sehen wir das häufiger, dass Männer so denken. Es ist so schwer, Frauen kennenzulernen. Frauen sind heutzutage so und so. Und das entstammt genau aus der Zielorientiertheit. Das stammt genauso aus dem, ich will, dass es so ist und so ist es gerade nicht. Und das ist halt mein Gegenwind. Und deswegen zeige ich jetzt mit dem Finger auf die Frau und auf die Gesellschaft. Und dass alles so ist und alles ganz schlimm ist. Das ist halt einfach. Und entsprechend, dass es halt auch zielorientiert hat. So, ich will mein Ziel erreichen, ich kann mein Ziel nicht erreichen, ich bin frustriert. Und weil ich halt wie so ein Pferd Scheuklappen aufhabe und halt nicht nach links und rechts schauen kann. Weil ich wieder mit dem Kopf durch die Wand möchte. Und weil ich das nicht kann, tut mir mein Kopf weh. Weil ich die ganze Zeit dagegen renne. Anstatt zu sehen, dass mein Weg auch vielleicht um die Mauer drumrum kann, wie ich auch gerade schon gesagt habe. Und das ist halt prozessorientiert. Ich muss nicht durch die Wand. Mein Ziel ist hinter der Wand. Ist doch egal, wie dieses Hindernis Wand weggeht. Das Wie ist völlig egal. Und das Wie ist halt diese Zielorientiertheit. Aber prozessorientiertheit bedeutet halt das Was. Wer möchte ich werden? Das ist die Neugier. Was für tolle Menschen lerne ich auf dieser Reise kennen. Ich bin gespannt, was für ein Mensch ich werde. Ich bin gespannt, was für Erfahrungen ich bekomme oder ich mache. Ich bin gespannt, was für Probleme ich überwinde. Ich bin gespannt, wer ich auf dieser Reise werde. Und all das haben halt entsprechend die Männer, die darüber jammern, wie schwer es ist, eine Frau zu finden, nicht. Und wenn du dich damit angesprochen fühlst, dann meine ich dich auch. Und dann ist es auch für dich gerade, also dann möchten wir dich gerade einladen dafür. Mal das Ziel aus den, nicht aus dem Auge zu verlieren. So, das ist ja immer noch ein guter Nordstern. Aber du musst es nicht auf geradem Wege erreichen. Weil wenn du wüsstest, dass der gerade Weg der richtige ist, dann würde der ja schon für dich funktioniert haben. Oder der Weg, den du denkst, dass er funktioniert, dann würde der ja schon funktioniert haben. Tut er scheinbar nicht. Das heißt, leg dein Ego mal beiseite. Lass es im Schrank zu Hause, wenn du das Haus verlässt. Und mach mal neue Erfahrungen. Find mal heraus, wer du eigentlich bist. Was dir eigentlich gefällt. Was du eigentlich willst. Was dir eigentlich gut tut. Dann wirst du herausfinden, dass es viel mehr Spaß macht, einfach Leute kennenzulernen. Und einfach ihnen ein schönes Geschenk von einer Aufmerksamkeit, von einem Kompliment zu geben. Und so weiter. Wie Andi gerade schon gesagt hat, Menschen sind so davon überrascht, wenn jemand mal ohne Agenda im Hinterkopf von ich muss eine Nummer bekommen oder was auch immer. Wenn Männer ohne diese Agenda im Hinterkopf eine Frau ansprechen. Absolut. Einfach mal so, einfach ihnen ein Kompliment geben. Einfach mal einen kleinen Witz mit ihnen machen. Einen kleinen Smalltalk führen. Und dann einfach wieder gehen. Das ist etwas, was im Gedächtnis bleibt, weil das so anders ist. Weil jeder einfach nur auf seinen eigenen Benefit konzentriert ist. Aber das ist jetzt auch wieder eine alte Weisheit. Das ist, glaube ich, auch aus dem Tao Te Ching. Genauso wie Der Weg ist das Ziel. Steht da nicht so wortwörtlich drin, aber ist Teil des Ganzen. Und diese alte Weisheit ist, hilf Menschen dabei, ihr Ziel zu erreichen oder hilf Menschen dabei, ihre Wünsche zu verwirklichen und sie helfen dir dabei, deine Wünsche zu verwirklichen. Hilf den Menschen dabei, ihre Probleme zu lösen und du bekommst alles, was du haben möchtest. Und das ist der Weg. Miteinander. Hilf anderen Menschen. Denk darüber nach, was ist für sie drin. Wenn ich jetzt rausgehe und Frauen anspreche, was ist für sie da drin? Nicht, was ist für mich da drin. Ja, ich will eine Freundin finden. Das ist Zielorientiertheit. Das ist so, ich will. Aber was hat die Frau denn davon? Was haben die Menschen davon, die du auf dem Weg die ganze Zeit dann ansprichst? Was haben die davon? Sind die einfach nur Statisten und du willst das schnell abgehakt haben, damit du deine Ansprechangst überwindest? Oder zählt jeder Einzelne schon, weil du weißt, es geht gar nicht um das Ziel. Ich werde mein Ziel sowieso erreichen. Natürlich werde ich mein Ziel erreichen. Es geht vielmehr darum, eine schöne Reise zu haben. Die Landschaft zu genießen während der Reise. Und dann ist halt auch egal, wo der Bus langfährt. Ja. Ja. Ich möchte noch eine Frage beantworten, die der eine oder andere gerade noch hat. Und zwar, vielleicht ist da die Verwirrung, okay, ich soll emotional unabhängig sein, ich soll den Prozess genießen, aber gleichzeitig soll ich auch Dinge tun, die nötig sind, um das Ganze dann aufs nächste Level zu heben mit der Frau. Wie zum Beispiel, ich soll zum Kuss ansetzen, ich soll mit ihr Nummern tauschen, ich soll ihre Hand halten beim Date und so weiter. Wie bringe ich das in Einklang? Wie soll ich gleichzeitig ergebnisunabhängig sein und gleichzeitig ein Ergebnis verfolgen? Die Antwort ist sehr, sehr simpel. Du solltest versuchen, eine ausgewogene Ernährung zu haben. Ja, richtig? Wir sollten jetzt nicht nur Schokolade jeden Tag essen. Gut. Aber es ist auch wichtig, ab und zu etwas für die Seele zu tun und mal was zu essen, was nicht so gesund ist, aber was dir einfach schmeckt und was du sagst. Ja, komm. Damit kann ich jetzt mal eine Ausnahme machen. Gesunde Ernährung und ab und zu dann vielleicht mal ein Eis. Das wäre, würden wir uns wahrscheinlich alle einig sein, völlig in Ordnung und sogar anstrebbar. Das ist ein Leben, das ist eine Ernährung, die wir gerne hätten. Genau dasselbe ist es auch, wenn es um deine Unabhängigkeit und deine Zielorientiertheit geht. Unabhängigkeit ist die gesunde Ernährung. Das ist immer der erste Schritt. Erstmal Unabhängigkeit etablieren. Das ist wichtig. Ohne Unabhängigkeit wird alles Kacke. Garantiert. Und dann, wenn du in dieser Unabhängigkeit bist, durch gewisse Gewohnheiten, die wir in der Flirtmasterclass beibringen, www.flirtanalyse.de, wenn du wissen willst, wie wir das in 13 Wochen mit dir machen. Innerhalb dieser Gewohnheiten gibt es dann Schlüsselmomente, in denen du dann handelst. Wenn du sagst, hey, das war richtig toll, ich fühle mich offensichtlich ganz anders, ich spüre diese Fülle in mir. Okay, cool. Dann setz doch mal zum Kuss an. Mach du mal das, was du weißt, dass das Ganze in die nächste Ebene heben wird. Und wenn es nicht klappt, in Anführungsstrichen, kommen wir wieder zur gesunden Ernährung. Sind wir wieder bei der Unabhängigkeit. Okay, es hat nicht geklappt. Egal. Ich habe wenigstens zu mir gestanden. So ist alles gut. Ich kann mir in den Spiegel gucken. Ich bin unabhängig. Ich bin prozessorientiert. Ich will der Mann sein, der damit okay ist, wenn er etwas nicht bekommt. Der aber auch gleichzeitig zu sich selber steht. In Liebe. Und für den anderen ein Geschenk sein möchte. Perfekt. Da ist ja auch nichts, was klappt. Nee, richtig. Wenn da was klappen muss, dann bin ich ja wieder zielorientiert. Ja, genau. Wenn ich prozessorientiert bin, dann setze ich zum Kuss an, weil ich neugierig bin. Weil ich Lust darauf habe, sie zu küssen. Weil ich spüre, dass ich gerade nervös davor bin und das schon seit 20 Minuten vor mir her schiebe. Und jetzt mache ich das aber einfach mal, um einfach die Klarheit auch zu haben. Um zu sehen, irgendwie ist da gerade was zwischen uns. Und vor allem auch, weil ich weiß, dass sie das von mir als Mann erwartet. Dass ich zum Kuss ansetze. Dass ich den Move mache, Körperkontakt herzustellen. Das ist halt alles meine Aufgabe als Mann. Und das sind halt auch dann gewisse Spielregeln, die ich dann halt auch in diesem Rahmen spiele. Genauso, also wir könnten ja halt, Ernährung ist halt auch ein gutes Beispiel. Wir können ja halt auch sagen so, wir können ja in ein Extrem verfallen und sagen so, okay, fasten, dann faste ich jetzt für 27 Tage, 45 Tage, was auch immer. Und bin dann halt super gesund. Oder ich ernähre mich halt nur von Fast Food und bin halt super krank oder was auch immer. Aber unser Körper funktioniert halt auch nach gewissen Regeln und nach gewissen Spielregeln. Und so funktioniert halt auch, oder so ist halt auch das Kennenlernen, das Daten nach gewissen Spielregeln unterlegen. Und jeder hat da seine Rolle zu spielen. Das ist halt ein Tanz. Und weil ich halt so unabhängig bin, kann ich halt dann auch sagen so, ich bin neugierig. Ich möchte das ausprobieren, jetzt ihre Hand zu nehmen. Ich bin mir selber so viel wert. Ich liebe mich selber so sehr, dass ich halt nicht der Angst nachgebe. Weil der Angst nachgeben ist einfach, sondern ich wachse über meine Angst hinaus und mache es trotz der Angst und trotzdem, oder eben weil es schwer ist, mache ich es, damit ich neue Erfahrungen mache, damit ich als Person wachse. Weil das prozessorientiert ist. Weil mir nicht wichtig ist, ob ich sie am Ende küsse, sondern dass ich es gemacht habe. Also zum Kuss angesetzt, zum Kuss ansetzen. Das ist ganz wichtig. Also, weil du hast keine Kontrolle darüber, ob ihr euch küsst, aber du hast Kontrolle darüber, dass du zum Kuss ansetzt. Genau. Und mein Lieber, da musst du einfach nur ehrlich mit dir selber sein. Wenn du schon eine tolle Gewohnheit hast, also eine gesunde Gewohnheit der emotionalen Unabhängigkeit und du bist ein Geschenk für andere und du bist proaktiv, du bist leichtherzig und flirtest und gehst auch in die Tiefe und dann setzt du zum Kuss an und es klappt nicht. Oder du redest mit einer Frau und findest sie toll und sagst dir, ich mag dich, wollen wir nicht mal Nummern tauschen? Und es führt zu keinem Ergebnis. Und das passiert über Monate oder Jahre hinweg, dass es auch wirklich über Jahre hinweg keine Ergebnisse bringt. Dann müssen wir mal drüber schauen, weil ich habe das schon öfters gesehen und was dann passiert, ist, dass die Sicherheit, der Wunsch nach Sicherheit, der Wunsch nach der leichten Entscheidung ist wieder durchs Hintertürchen angekrochen gekommen. Was heißt das? Es heißt, die Unabhängigkeit ist für dich schon normal. Ab und zu mal zu dir selber zu stehen, einer Frau zu sagen, dass du sie toll findest, eine Nummer zu holen oder auf ein Date zu versuchen, sie zu küssen, sowas, ist für dich auch gar nicht mehr so schwierig geworden, weil du weißt, dass die Reaktion ganz angenehm ist. So, dir passiert nichts, dir wird der Kopf nicht abgerissen. Frauen reagieren da auch ganz positiv. Und das hast du jetzt so oft erlebt, dass das für dich wieder komfortabel geworden ist. Es ist deine neue Komfortzone geworden. Es ist nicht mehr schwierig. Und du sträubst dich jetzt davor vor dem, was wirklich jetzt auf diesem neuen Level, auf dem du angelangt bist, jetzt schwierig ist. Und das kann etwas Weiteres sein. Es kann sein, dass du jetzt zum Beispiel, dass du jetzt zum Beispiel in einem Flirt aneckst. Und halt nicht nur die ganze Zeit der freudige, super charmante, nette, 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 nette Kerl bist, sondern dass du auch mal aneckst und ihr zeigst, ich kann auch mehr als das. Ich kann, wenn ich möchte, auch frech sein. Und das möchte ich zwar nicht, weil ich dir nicht von Kopf stoßen will, aber ich weiß, es ist das Richtige, weil diese Prise Salz, diese Prise Salz und Pfeffer, dieser Flirt, der macht das Ganze sogar noch aufregender für sie. Ich kann dadurch ein noch größeres Geschenk sein für sie. Und es bringt sogar mehr Ergebnisse. Es hat die höhere Wahrscheinlichkeit, dass es auch funktioniert, wenn ich auch mal anecke, wenn ich nicht immer nur nett bin. Zum Beispiel. Und weil das dann der Bereich ist, den du dich nicht traust, ist genau das der Bereich, in den du dann gehen musst. Verstehst du? Das müssen wir immer wieder neu evaluieren in uns selber. Mache ich das, was bequem ist, weil es jetzt leicht geworden ist, ist die Entscheidung jetzt die leichte geworden? Oder mache ich das, was meinem Ideal dient? Also verdiene ich mir das Ergebnis, was ich gerne hätte, in dem ich prozessorientiert diesem Ideal nachreife. Ich möchte dieser Mann werden, der flirten kann, der selbstbewusst ist, der unabhängig ist, der sich nicht verrückt macht, wenn mal was nicht klappt, weil ich das alles meinen Kindern irgendwann mal beibringen möchte. Zum Beispiel. Das ist das Ideal, das ich verfolge. Dann muss ich auch das tun, was jetzt akut schwierig geworden ist. Und da bin ich ehrlich mit mir. Da müssen wir ehrlich miteinander sein. Wenn wir seit Jahren keine Ergebnisse bekommen, dann ist das auch nicht okay. Ganz klipp und klar. Es ist aber nicht deswegen nicht okay, weil es bedeutet, dass du nicht gut genug bist. Nein, 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 nein. Unser Echsengehirn will uns das weismachen. Okay, dann bist du einfach nicht gut genug und verzieh dich wieder ins Eckchen und realisiere, dass du einfach vor dem Fernseher existierst, weil es wenigstens sicher ist und du dich keiner Gefahr aussetzt. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir uns wieder eine neue Komfortzone gesucht haben und dass wir jetzt wieder das tun, was simpel ist. Okay, also da müssen wir einfach immer wieder uns selber evaluieren. Die beste Evaluation ist von Experten von außen. Von daher habe ich nie etwas anderes getan, als mich mit Menschen zusammenzusetzen, die darin besser waren als ich. Und davon habe ich sehr, sehr viel gelernt im Flirten, in Beziehungen. Und meine Empfehlung ist, geh auf www.flirtanalyse.de und setz dich mit uns zusammen. Weil wir können ganz genau erkennen, wo der Hase im Pfeffer, im Korn begraben liegt oder sonst irgendwelche Sprichwörter nicht richtig funktionieren, aber du weißt genau, was ich meine. Wir erkennen dann einfach, wo der tote Winkel ist, den du nicht siehst, wo die A-Säule, die B-Säule, die C-Säule im Auto ist, wo du nicht hingucken kannst. Das sieht dann eben jemand von außen. Und dann sagt er dir, es funktioniert nicht, weil du hier und da diese Gewohnheit hast, der Nettigkeit. Du erkennst hier deinen Selbstwert nicht. Hier erkennst du nicht, dass Frauen schon längst mit dir flirten und dass du darauf auch agieren kannst, wenn solche Flirtsignale kommen. Das erklären wir dir. Da ergeben wir dir diesen Leitfaden. Aber dazu musst du erstmal die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will was verändern. Ich will was verändern. Ich werde jetzt Entscheidungen treffen. Ich mache was. Ich werde jetzt nicht die nächsten fünf Jahre wieder verstreichen lassen. Diese Entscheidung liegt bei dir, mein Lieber. Und wenn du bereit bist, ja, dann www.flirtanalyse.de Yes, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch schon der perfekte Abschluss. Wir haben, glaube ich, alles gesagt für diese Folge. Deswegen flirtanalyse.de und wie sagen wir immer, Andi, wahr vorsichtig. Nägel mit Köpfen machen. Wahr vorsichtig. Das war Rhab 17 semaines. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.